6 6 Am liebsten habe ich die 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 6 Worüber denkst du nach, Bert? Ähm, über sechs. Tatsächlich? Ja. Das klingt aber etwas langweilig, Bert. Ah, ich werde bei sechs. Ernie, was machst du denn da? Kann ich meinen Sessel zurückhaben? Nein, im Augenblick nicht, Bert. Ich denke nach. Worüber denn? Ich denke über meine Lieblingszahl nach. Ach, los, sag doch mal, welche ist es? Acht Millionen, 243.721, Bert. Sechs, am liebsten habe ich die Sech. 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 Ich denke über meine Lieblingszahl nach Ich bleib bei Sex